Es ist so eine Drumherum-Veranstaltung, da findet auch noch ein Event statt und im Moment läuft der Blogger- und Vlogger-Treff. Da sieht man auch die Ursi. Ja, ist halt so eine Rahmenveranstaltung hier. So, also wir stehen jetzt hier am Karawansalon, am Rahmenprogramm. Sven und Leimer sind auch da. Hallo. Hey, wir grüßen euch. Ja, die wollen mal schauen, wie wir das machen. Genau. Halt vom Mund. Hey. Da kommen sie von allen Seiten, wie wir ja heute schon gesehen haben, überall fallen die Vlogger ein. Ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Ich muss noch vorstellen, das haben wir nämlich heute noch gar nicht gesagt. Das ist Jens Humano, ja, ihr kennt die beiden, ja, und das ist der Christian Grashaus. Ja, freue ich mich, euch kennenzulernen oder mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Christian Grashaus, Marketingassistent bei der Messe Düsseldorf. Ich habe hier so ein bisschen das Blogger-Treffen heute hauptsächlich organisiert. Ich freue mich echt, dass wir jährlich wachsen und auch schon so viele Blogger dabei haben. Wir sind schon über 40 Stück und das ist das vierte Treffen. Und ja, was wir uns davon erhoffen, von diesem Blogger-Treffen, ist generell einfach unser Rahmenprogramm auf der Messe, auf dem Caravansalon halt auszuweiten. Und außerdem ist das natürlich auch... Ah, ist gerade... Flugverkehr. So, jetzt geht's weiter. Ja, genau. Und außerdem ist das ja auch eine ausstrebende Community. Jeder macht hier seine Videos, schreibt seine Blogs und somit ist natürlich auch die Caravansalon-Messe in aller Munde, wächst und ich meine, das ist dann so ein bisschen so ein gegenseitiges Profitieren auch, ne? Also, wir haben gut gegessen und gut getrunken, ja. Und zwar fährt man davon nichts. Es tut mir leid, ich kann gerne Kontaktdaten aufnehmen und dann seid ihr nächstes Jahr auch dabei. Was haltet ihr davon? Ja. Ja, oder? Ja, der kann. Pass auf. Also, das diskutieren wir jetzt später auch. Wir wollen jetzt unser Video drehen. Und danach lässt dich vom Jens schimpfen, ja? Also, wir haben eine Einladung gekriegt, auf jeden Fall vielleicht, weil wir immer so freundlich sind, ja? Genau, genau. Jetzt mit dem Soundfall. Du und freundlich. Also, auf jeden Fall, Christian, wir freuen uns, ja. Ja, und also, wenn die Messe Düsseldorf das so sieht, dass Blogger auch hier diese ganze Situation weiter verbreiten. Auf jeden Fall. Dann ist das sehr schön. Ja. Und das motiviert uns auch weiter, unsere Videos zu machen. Das freut uns sehr. Komm, wir gestern, Friede. Komm, wir haben ja schon das nächste Frisurvertrag. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid und wir genießen den Abend, oder? Jawohl. Auf jeden Fall. Liegt dir noch was am Herzen, unseren Zuschauern das zu sagen? Boah, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück weiterhin bei eurem Blog. Fleißig einschalten und ich hoffe, dass ihr gut weiter wachst, ne? Und du hast uns abonniert? Zum besten Bloggerpärchen auf dem Karawasser. Und du vergisst auch nie den Daumen nach oben zu tun? Auf jeden Fall, Daumen ist oben. Wenn wir das erfahren von ihm, dass er den Daumen runter macht, dann werden wir richtig sauer. Die nächsten. Danke dafür. Also, in dem Fall, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Und einen schönen Aufenthalt, auch wenn noch viele andere dabei sind. Genau, wünsche ich auch, gleichfalls. Ja, okay, also. Die Leimer möchte jetzt auch gerade noch was sagen. Es ist total schön, dass wir uns alle kennenlernen konnten, überhaupt die Möglichkeit auf dieser Messe, dass wir gehabt haben und freut mich total. Ich nehme mich total mit. Das ist schön. Man sieht sich halt wirklich, keine Ahnung, man sieht sich eigentlich nur im Video, jetzt mal körperlich. Man sieht sich zum ersten Mal und ich finde es total schön. Das ist aber auch das Schöne, weil man sich im Video vorher gesehen hat, man hat einfach das Gefühl, dass man sich schon ewig kennt. Ja, man weiß schon, welche, wie jeder eigentlich tickt. Ja, eigentlich, ne? Du nimmst ja gerade durch das Schlocken, nimmst du, oder auch durchs Zuschauen am Leben der anderen Teile und dass es eben das Interessante dafür gibt. Ja, ein Stück weit schon, ja. Ist schon, ne? Natürlich, ein paar Geheimnisse bleiben bei uns, Ussi, gell? Ja, ja. Und das verraten wir auch nicht, ja. Aber wer zwischen den Zeilen lesen, weiß Bescheid. Also, das war's vom Kanal. Und die Hände gehen wieder in Ruhe! Und zusammen. Das ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie wir schaffe. Meine Kollegen, die ganze Zeit, wir haben auch nur zusammen. Also, was war's? Die Hände gehen wieder in Ruhe! Und die Hände gehen wieder in Ruhe! Oh! Denn ein Wort, anders sind wir Frieden. Oh, Sterne kann der Liebe zutzen sein. Hier sind die Sterne und Lieben, Sterne und Lieben. Sterne und Lieben, Sterne und Lieben, Sterne und Lieben. Sterne und Lieben, Sterne und Lieben, Sterne und Lieben. Oh, Sterne und Lieben, Sterne und Lieben. Sterne und Lieben, Sterne und Lieben, Sterne und Lieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020